FC Bayern, hat er Schlaftabletten genommen? Volle Breitseite gegen Jan Sommer Jan Sommer muss sich zuletzt vermehrter Kritik aussetzen. Nach Dietmar Hamann legt nun Ex-Bayern-Kipper Jean-Marie Pfaff nach. Was ist passiert? Der frühere Bayern-Torhüter Jean-Marie Pfaff hat Jan Sommer mit deutlichen Worten für dessen Leistung im Viertelfeiner-Hinspiel der Champions League bei Manchester City, 0 zu 3, kritisiert. Sepp Mayer sieht derweil den Fehler bei den Verantwortlichen des FC Bayern. Was wurde gesagt? Sommer wird zu Recht kritisiert. Ich habe ihn gegen Manchester City nicht wiedererkannt, sagte Pfaff der TZ und dem Münchner Merkur. Er hat schlechte Pässe gespielt, immer zur Seite anstatt nach vorne. Ich verstehe nicht, warum er versucht hat, das Spiel aufzubauen, das war zu riskant. Für Pfaff, der zwischen 1982 und 1988 beim deutschen Rekordmeister zwischen den Pfosten gestanden hatte, war Sommer auch kommunikativ nicht auf der Höhe. Er würde auf dem Platz zu wenig mit seinen Teamkollegen sprechen. Sie müssen wissen, wo sie zu stehen haben. Das hat Sommer nicht gemacht. Er hat einfach nur still gestanden und gewartet. Meckerte der 69-jährige Belgier und vergriff sich anschließend in Ton. Ich weiß nicht, hat er Schlaftabletten genommen? Was ist der Hintergrund? Für Mayer liegt die Schuld nicht bei Sommer, sondern bei den Verantwortlichen, die den Torhüter im Januar nach der Verletzung von Manuel Neuer von Borussia Mönchengladbach an die Isar gelotst haben. Bitte lasst den armen Jan Sommer in Ruhe. Es ist nicht seine Schuld, dass sie in die Torhüter-Experten zu den Bayern geholt haben, meinte die FCB-Legende mit einer gehörigen Portion Sarkasmus. Sommer sei ein sehr guter Torwart, aber nicht überragend. Zuvor hatte beispielsweise bereits Didi Haarmann den FCB-Keeper frontal attackiert. Für mich war der Torwart heillos überfordert, hatte der frühere Nationalspieler bei Sky gesagt. Der Torwart hat nicht nur heute, sondern auch in den letzten Wochen maßgeblich die Mannschaft verunsichert.